Ich vermute es da vielleicht, dass das legendäre Pokémon auf uns war, das könnte fast das legendäre Pokémon sein, ich befürchte es, das könnte, ist zumindest sehr, wenn ich viel so müsste, sieht sehr danach aus, als ob da ein wilder Pokémon abgehen, so zurück zum Heiligen Raum, zum Heilungsraum, will ich jetzt nicht mehr ran, wie sieht denn mein Team aus, kann ich das irgendwie, wie sieht das aus, kann ich das irgendwie heilen, so, das ist aber Potion, wer braucht denn die Heilung, Markus braucht Heilung, ja, dann sieht doch super aus, ich speichere mal kurz, bevor wir reingehen, das wäre nicht schlecht, Safe Game, das ist natürlich zu blöd, das war ein Slug weniger im Team, aber ja, let's go, rein mit uns, oh, was, It looked like this was a part of the Burnt Notebook, their headline says Report 9, what's it? Wird das hier zum Slenderman Game, oder was? Ach du Scheiße, ein Notizettel gefunden, Ja, es ist unternehmt, 992, vom Vendienischen Spire Fieber, it's, don't waste, don't damage, Aha, Habe ich mich erschreckt, Habe ich mich erschreckt, Gerade in Slendarts habe ich mir gelesen, und dann, 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 kommt die Animation aber auch fies, die Demmation ist fies, ich habe dunkle Inkraftwerke, und dann auf einmal, da kann das nicht fliehen, Lass mich fliehen, Tengun, ich hab dich schon gefangen, Let's me go, and escape, ich fliehe trotzdem weiter, Gertrick ist cool, hat von mir das Elektromonier, da kann ich meine Mutter abholen, Müssen wir erst angreifen hier, ich will dich nicht mehr sehen, das ging aber schnell, so, Obtain the Burns Notebook, sehr gut, und tiefer hinein, wir erkunden hier die ganze Sache, ok, auch dich haben wir schon gefangen, vielleicht ein Schutz-Item einsetzen, das würde uns vielleicht weiterhelfen, dass wir nicht alle zwei Meter auf ein, nukleäres Bugmon, Gerard, was uns eventuell nicht fliehen lässt, Mal schauen, ach ja, die Dinger habe ich doch schon gefangen, kein Gedanke, kein Escape, siehst du, das wäre nicht, schon stecken wir in einem Kampf drin, ich muss noch ein bisschen Schutz-Itemens dabei haben, wäre vielleicht nicht ganz schlecht, sehr gut, wir haben schon gesiegt, so, ich habe hier irgendwo ein Schutz-Item mit dabei, Super Potion, Elixir, Kostnussmilch, Full Restore, hm, haben wir vielleicht hier ein bisschen was dabei, ok, XP-Share, das wäre vielleicht nicht schlecht, jetzt könnte Monty brauchen, damit er sich entwickelt, XP-Share, so, Dusk-Stone, ok, interessant, Water-Stone, Skate-Bope, Bescheinungs, kein Safe-Item zu haben, kein Schutz-Item, das ist aber weiter weiter hier, die steht auch gerade durch die, durch die Tote auf dem, aber, Schiengang, haben wir den nicht schon gefangen? So, und versuchen wir es mal, gut, bis jetzt, können wir dich fangen. Jetzt kriegt Monty auch noch ein paar Erfahrungspunkte, ist doch auch gut. Pass auf, dass wir uns hier nicht verirren dran, mit Kraftwerk, sofern das möglich ist. Die Tür ist knackt, eine Kie, man kann es unknocken. Ah, ok, das war uns ein Kiebel, Kein Spiele-Kiebel. Ein Kiebel für die Tür. Kein Code, mit dem man ein Spiel freisch halten kann. Ist schon ein bisschen nervig, dass man hier, dauerhaft hier ruf, das Borentrifft uns nicht besiegen muss, denn der Skate, das Schneider. Es ist doch eigentlich zu hören. Ich meine, Markus kriegt das ziemlich gut hin, sehr effektiv hier, sehr effektiv gegen Obam. Wo ist das sein? Wir haben kein Schutz-Item. Ja, das geht ziemlich rackzack hier, äh, ruckzuck. Das haben wir gleich einmal. Trotzdem etwas nervig. Ja komm, mach's Platz. Mach's Platz, das Gym-Bank. Mach's alle. Jetzt doch fangen können, aber... Fahr zu höchst. Die Mordi geht, glaube ich, Kurzartig. So, dann erfahren wir vielleicht heute schon die Mordi. Die Mordi. Ich kenne das Game. Ach, das... Ach, das ist doch... Das ist doch scheiße. Dann halt so... Das ist Mordi halt. Mach's alles. Metal-Clone. Na komm, mach's alle. Großartig. Erfahrungspunkt für alle. Nicht für alle, für... Markus und Mordi. Ach, Mensch. Zum Gott. Lass uns wenigstens fliegen. Ich meine, das bin nicht Erfahrungspunkt, aber... Du kennst das Game. Ach, wir tritt das doch. So hängen wir hier ewig fest. Wir kommen wohl nie voran. Meine Fresse. Ich will hier mal vorankommen. Glamo-Stack. Gal graeln?! Das ist ne Endungsrede hinterher... 쪽... First to up sick!! So... Jetzt mal voran hier. Meine Fresse. Alle 2 Meter. Wirklich alle 2 Meter. Lass mich nicht fliehen. Kein Escape. Was ein Trick. Besieg dich halt noch. Wenn es dann sein muss. Paralysiert. Na komm. Nicht schlafen. Na komm, hau rein. Geht auch geschehen, defektiv zu sein. Fast besiegt. Na komm. Und hier. Mach's alle. Nice. Modi noch kein Westlevel. Meine Fresse. Na komm. Wir hätten einfach gerade ausgehen sollen. Ich kämpfe einfach gleich mal. Ich würde uns eh nicht fliehen lassen. Mach's gleich alle. Soll ich hier mal voran? Nee, wir gehen jetzt gerade raus. Ich muss jetzt nicht die ganzen Lagen erkunden. Wäre zwar schön, aber... Das nervt. Das nervt. Das nervt einfach. Ich versuche es mal gerade aus. Da mal rein. Das war's mit Markus. Oh, hier kann's noch mal raus. Oh, hier kann's lang gehen. Eine Tür in der Mitte des Raumes. Das ist überführend. Das ist überführend. Das ist auch schon so gut. Das scheint auch mal nuklear. Ruf mal zu sein. Aber es ist nur shiny. Oh, da ist noch ne Nachricht. Die Rundwands natürlich. Und ich... es lookalike... ...this was a part of the burned notebook. The... ...headline says, ...sapport 3. Nummer 2 fehlt uns dann. The... Rhe Anoli's brain... brain wave. It's... ...spectness. Ah, Ames kam die... ...in deep end ...mit total viel wie... ...an ähnliches zu prass. Ah, aufhängt man was Licht. Ja, das ist schon wieder so ein Viech. Guss doch. Sehr gut. Da geht es nicht weiter, das ist eine Sackgasse. Ja komm, rein hier und voran. Oh, was haben wir hier? Ein Tisch mit dem Burgweil drauf. Komm, Heddy. Komm, du Name. Wo ist die Key? Okay, ich weiß, wo ich da hin muss. Ach du Scheiße. Noch mal zurück. Report 4. Der Interface. Endlich, heute. Der Erweiter. Voll. Kontroll. Spitz mit Zielverchief. Mein zweiter Doktor. Seguentät. Zerweiter. Irgendwie so. Zurück. Hätte ich nur ein Schutz-Item. Ein Königreich für ein Schutz-Item. Okay, immerhin weiß ich, habe ich jetzt den Schlüsse für die Tür. Am anderen Ende des Kraftwerks. Ja komm, das ist jetzt wirklich. Lass mich durch. Ich brauche eventuell noch, wenn der Pokémon für den legendären Kampf hier, der wahrscheinlich kommt. Da kann ich nicht den gegen mich treffen. Lass mich gefällt extrem. Dann gehe ich noch ein bisschen weg. So. Ich bin dann schon. Heil durchgekommen. Will ich noch einen Zettel. Der zweite war schon... Ne, der tut es auch. Ne, der tut es auch nicht. Der lässt ihn noch brauchen. Ich bin noch nicht. So, Sefi. Ich bin noch ein bisschen weg. Aber ich bin noch kein Zefender. Nummer 1, okay, das haben wir eigentlich schon. Aber lesen wir es nochmal. Falk, es ist ein 8. Okay, das kennen wir. Das habe ich glaube ich schon mal gelesen. Oder was? Ja, okay, da sind wir reingekommen. Nach dem, das würden wir gehen. Nee, das ist der Kessel. Hier müssen wir lang. Alles klar. Das will ich schon wieder. Wir müssen verziehen. Sonst macht ich Platz. Das haben wir uns nicht ziehen müssen. Ich glaube Flame Wheel war es. Na komm, mach es alle. Sehr gut. Und hoch hier. Nein, hier noch nicht. Hier. Da war die Tür. Kostung. Sehr gut. Das ganze Kostung aus hier. Was werden die vielen Kostung aus hier? So viele auf einmal. Ach, verdammt. So kommen wir doch nicht vorhin. So, jetzt lass mich. Das ist die Tür. Das wäre die beste Key. Oh, Schreck. Wo sind wir hier genannt? Ein Reaktor. Ein böses Chinmunk. Das fange ich mir jetzt nicht. Es ist nicht so, dass das Teil von der Bernd Notebook war. Die Healtlinie sagt, Report 5. Has been pretty confidential, sure, so, why not get underground, correct, so you not have vomitated. Ok, was somewhere here. Hm, Statist Tank active. Submission Time, 1, 10, 3. Ok. Execute Restoration Process. Yes. Error. It's been detected. Error, error, error. Eh, was? Was zum? Ssss. Was bist denn du? His. Is very useless. Kill the interrupted. Grash, that's right, kill. Was zum? Oh! Nicht das legendäre Pokémon, aber scheint eins zu sein. Schwarpent. Hint erscheint. Interessant. Nein, ich fange nicht mehr. Ich habe vorher nicht gespeichert. Das ist blöd, aber... Nächstes Pokémon. Äh, ja gut. Wir sind jetzt an Level 20. Äh, ja gut. ... des... ... diesen... ... 10 Levels voraus. Na komm, Haltskirch Spompi. Bist momentan glaub ich dein stärkstes Pokémon. Na komm, selbst verletzen. Wir hat's nicht hier. Na komm. Wir haben noch ein paar Probleme im Team, aber... Ach du Scheiße. Das kann ja nicht Nein, nein Ja gut, ähm, Markus ist schon besiegt, aber Spark, na komm Auweil Ach du Körper, na komm Lass dich nicht so leicht besiegen Na komm Verdammt Ich sag, lass dich nicht so leicht besiegen Was? Was hat sich wieder hält? Ach du Kacke Nein Nein Zuletztes Pokémon Takiro Ja gut, wir sind geliefert Offiziell Offizieller Branche Das ist Das war ja scheiße Gut, ich würd's auch gar nicht fangen Ich würd's sowieso besiegen Hab ich nur so gesagt Das war ja nur so blöden gesagt Oh, Opfer Was ist jetzt doch noch hin? Heilst du ich Hält durch das Büro Heilst du ich Heilst du ich Oh nein Okay, wir haben ein Fenster Okay, wir haben ein Fenster, weil das wird auch gut Eins Zwei Drei Verdammt Na komm, halt's durch Hält's durch Das Gebäude Na komm Es ist noch nicht dolle geschwächt, aber Komm Jetzt Verdammt Das hat schon viel gebracht Da hin Verdammt So, Dreck Zwerge 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 Out Ach, du Dreck Ach, du Scheiße Ach, du Dreck Jetzt muss ich da wieder hinkommen Schau, dass du hinkommst Zwerge Können wir es nochmal besiegen, oder Ich schau mal Das Team ist jetzt nicht geil Natürlich Natürlich können wir hier nicht fliehen Ich kann das geben Ey Ganz im Ernst Ich muss jetzt nicht gegen mich glänzen Jetzt sind an solchen Willen Pokémon Ja, gescheit Ansonsten Es ist doch Es ist Attackenist Es ist doch zum Pölen Was ist denn jetzt los Lässt mich mal bitte fliehen Ich bin jetzt Nee, der guckt mal Woher war's Es kotzt mich an Can't escape Natürlich, was auch sonst So, ich rette dich an Ich streif dich an Metal Claw So Das ist noch wenig KB Ich gebe dir jetzt die Möglichkeit zur bedingungslosen Kapitulation Tja Bedingungslose Kapitulation nicht gemacht Jetzt gibt es auf die Öber Jetzt gibt es auf die Öber Der siegt An dem wollen wir uns vorbeischleichen Johnny Moe Ja gut Hell, du ist hohe Gras Ich kann das auch erst mal in der Mission Hoffentlich Hoffentlich Ich stüpf das Eibeiz Ich brauche 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 Sie müssen frei werden Okay Die Dreckse Lassen mich nicht Lassen mich nicht vorbei Ich muss jetzt mal Besiegen lassen Lassen mich Lasst mal besiegen Jetzt nicht noch so sehr Deckeln Das spielt hier nichts Ein Kabel Der drüblich Natürlich Das zögert es nur hinaus. Also kann ich mal nicht besiegt. Na komm, mit dem Kraftwerk müssen wir auch noch kämpfen. Gegen Höhe der Pokémon. So, eigentlich. So, rein mit uns. Mal schauen, ob das noch da ist, das Viech. Und alle zwei Meter rüber. So ein Viech kostet. Na komm, bitte sei noch da. Schmank. Ach, hier sind wir wieder. Okay, kurz mal. Back. So. Wir bauen einen Beleber. Haben wir doch noch einen im Team, oder? Ach verdammt. Ja, die Menüsteuerung hier ist auch. Hier einen haben wir noch einen. Ne, brauchen wir noch nicht. Okay, dann brauchen wir hier mal. Swap Potion. Alles klar. So. Na dann. Heber speichern. Safe. Ich habe das Gefühl, wir müssen das erstmal besiegen, bevor wir raus können von der Insel. So. 10, 3, 1, 16, 24. Okay, das schon wieder. Na komm, diesmal. Das Wins töten. Hat es ja das erste Mal erfolgreich geschafft. So. Los, Markus. Ich ziehe das voll geil jetzt. Na komm. Na komm. Mach's alle. Sehr gut. Guter Anfang. Es hält sich wieder ein bisschen. Sehr gut. Weiter so. Weiter so. Weiter so, Markus. Und Markus scheint hier wirklich der stärkste zu sein. Vielleicht können wir es wirklich fangen. So. Mittel. Im roten Bereich. Wir versuchen uns mal. Great Ball. Was sonst? So. Zack. Und eins. Zwei. Drei. Verdammt. Ja. Wie sehr können wir es noch schwächen? Wait. Mal. Versuchen wir es nochmal. Eins. Zwei. Drei. Verdammt. Lässt dich nicht so leicht fangen. Und es hält sich wieder. Das ist schlecht. Vieler leicht. Das ist schlecht. Mazlap. Na komm. Okay, wir wollen es nicht besiegen, wir wollen es fangen. Na komm. Halt's durch, Markus. Halt's durch. Mustap. Nimm gut den Bereich. So, jetzt müsste es doch eigentlich Great Ball. Na komm. Der Ton. Eins. Zwei. Drei. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Meisterball haben wir noch nicht. Außerdem werden wir das wahrscheinlich für was anderes brauchen. Mustap. Na komm. Mach's nicht alles. Mach's nicht alle. Ach, verdammt. Er siegt. Na gut. Von hier aus. War eh nicht wild drauf. The foundation make you feel rosy. It's a struggle to keep your eyes open. Swaggy. 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 Are you there? Hello? Swaggy. Do you copy? Hey, something must have happened. Quickly, Zwecky is in trouble. We are on the way. Just hang in there with us. Look, they are awake. Thank you. Are you awake? They came and watched you as soon as you did not wake me on the way you. Seems like you had a pretty bad fall. Are you okay? Did the white Pokemon attack you? Witter sites are good. No broken bones in a tall wheel. Deciding low levels of radiation in their system. It's a good thing. We came when we did it. The nurses have treated you for the radiation. They exposed you already. It looks like you are going to be okay. What did you find in them? You were gone a long time. If they didn't find all the reports. Oh, so you didn't find anything of note. Or you didn't remember. Or perhaps you aren't comfortable telling me. Whatever the case. I'm just telling you where we were able to get you out there safely. It's clear to me. It's clear to me that the old Pokemon is too dangerous a place to keep around. It's a breeding dog to host the Pokemon and the dark spectrum of the past. I think it's time we demolished it. As for you it's very. You should leave by the dog. I worried that any father radiation exposure will be for you health. You can inform your father again about what you found here. Oh, send it to you. My love. Goodbye, Zwecky. Safe travels. Aber wir haben doch die. Wir haben doch das. Was ist denn los? Wir haben doch ein Notizbuch gefunden oder was? Ein Team ist geheilt oder wie sieht's jetzt aus? Ne, ist noch nicht geheilt. Das müssen wir noch heilen lassen. Wir haben langen Zeit geschlafen, aber das Team nicht. Das müssen wir noch heilen lassen. So muss das. Nicht nur mich heilen, auch das Team. So na dann, oder? Gehen wir. Und zweckig. Do you have a question for me? Do you have a question for me? Do you have a strange Pokemon to see? No. Irgendwann erstmal nicht. Wir müssen zurück. To you again. So I guess you wanna say, come back to you and see. Eh? What about? Okay, ich denke wir brauchen hier nichts mehr, oder? Wir müssen das Pokemon ein wenig fangen. Was haben wir jetzt besiegt? Huh. Das Ei. Sehr gut. Aber was haben wir denn hier? The fuck? Äh, ja. Du bin hatched from the egg. Was zum Fick bist du? Äh. No. Was zum Fick. Ein Essmann ist geschlüpft. Okay. Okay. Grass Electro. Das könnte durchaus nützlich sein. Pflanze. Elektro. Es sieht ziemlich hässlich aus, aber. Irgendwann jetzt hier dieses. XP-Charing geben. Hm. Wäre unser erstes Pflanzen-Bugmann. Naja, mal schauen. Ich wollte jetzt die Aufnahme mal beenden. Ich geh jetzt hier zurück in die Stadt. Wir machen jetzt den Aufnahmeschluss. Ich habe jetzt hier wirklich lange aufgenommen. Die ganze Nuklear-Insel-Geschichte auf einmal auf einen Schub gemacht. Und. So. Wir sehen uns im nächsten Part. Hier im Pokémon Center wieder. Dann überlegen wir mal. Ob wir den Oten wieder mit dem Team nehmen. Oder Nuklear-Oten. Oder. Ob wir das. Level 1. Ehe trainieren. Mashaun. Bis dahin. Und Chou-Chou. Bis dahin. 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 Bis dahin.